Excalibur Jawoll Jo Das war die verdiente Rache Jo Wow Ey alter ich mag dich Du hast mir das das meiste was ich je gesehen habe gegeben Und oh Was? Ah Woodrow ist jetzt da Komm reden wir mal mit dir Woodrow Mendel Hast du irgendwas zu sagen? Rose Nein Und Gleit Nein Na auch nichts Chelsea ist im Old Waterpolist Bla bla Nein ich will nicht mit dem reden Ich wollte ein paar Gerüchte hören Leonis Das ist auch nichts Was? Was ist los? Ah ihr beiden was ist los? Depressiv Ja die Leute Haben ein großes Interesse am Illusionsschloss entwickelt Das letztens erschienen ist Und diese Neugier ist nicht so gut für sie Aber ich habe für dieses Level an Sorge für den großen Baum Ich habe keine Ahnung was ich gerade gesagt habe Er macht sich Sorgen um den großen Baum Es ist unser Schicksal nicht zu vergessen was in der Vergangenheit passiert ist Ja ja Alter ich mag deine Geschichten Ja ja danke dass du mir das sagst In der Zukunft sind immer noch Die Zukunft hat vieles für euch Junge übrig Ich habe Angst In meiner Vergangenheit war ich Brot und Butter Und damit bin ich in die Zukunft gelaufen Okay Und das hätte ich nie vergessen Dass ich Brot und Butter war Ah das war nur ein Scherz Du warst doch kein Brot und Butter Warum bist du kein Brot und Butter? So Alleine Gehen wir zu Mendel Mendel du hast mal einfach eine Mission Am Arsch Mendel Ich gehe nicht in den Tower rein Okay Rute dann Golden Frypen Okay Golden Frypen Habe ich nicht eine? Ja wir haben eine Golden Frypen Jawoll Hier kann du kannst die Golden Frypen haben Ich brauche sie nicht Und Lockpicks Set Habe ich hier schon Glaube ich Jo Das war eine schnelle Mission Ach jetzt ist der Woodrow weg Ich wollte mit dem nochmal reden Äh Nein Zu dir wollte ich nicht Obwohl doch eigentlich ja Egal Sweet Whatever So ich glaube ich muss einfach nur mit ein paar Leuten reden Ja der hat einen Kater Dann müssen wir Äh Ja sie hat sich Sie wurde mit Ami Wieder verwechselt Äh komm Beckecke Immer nur dasselbe Glide Immer nur dasselbe Rose Farrah ist im Forest Zahlt Äh Ja Models Tänzerinnen Mandel hat ein Request Moment Aber nicht dasselbe wie eben oder? Doch daselbe wie eben Tja Wie gesagt Ich gehe da nie wieder hin Außer es muss wirklich sein Chat Bla 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 Grizzly Ja das klingt gut Hunters Forest Also ich soll ein Grizzly im Hunters Forest Äh Ja speichern können wir auch mal Äh Grizzly im Hunters Forest Jo Natürlich Das mache ich gerne Äh Kless nimmt wirklich wieder mit Jo Du hast dich immer als gut erwiesen Kless Du darfst mitkommen Ähm Nö Sonst niemanden Jo ich glaube das schaffen wir noch Ich wechsle aber erstmal wieder zu Flames Fort Und Sui wechsle ich zu Su Su Und Order Alle drei im Nahkampf Hatte ich glaube ich bis jetzt auch noch nie So eine extreme Nahkampfgruppe Okay Ich gehe mal Er ist hinten im Hunters Forest Nummer 1 Äh Hunting Grounds Nummer 1 meine ich Ja Das Ging schnell Die Gegner die haben nicht mal eine Chance hier überhaupt irgendwas zu machen So Hunting Grounds 1 Das ist Hunting Grounds 1 Ja Irgendwo in dieser Area Sag ich doch Er ist irgendwo hier Au Da war eine Falle Du Hühnchen hast keine Chance Vor allem nicht wenn der Distortion Blade macht Wow Okay hier ist kein Grizzly Äh Ja da ist der Grizzly Okay los geht's Ähm Ähm Sui Sui Warum machst du nichts Was ist das denn als Strategie Verteidigen oder was Nein Mach was du willst Ja mach's auch Boom Bam Boom Bam Yeah Extreme Power Metal Äh Nein Extreme Schmerzen Oh extreme shit Ähm Nein das bringt nichts mehr Oh ho 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 Oh oh Ähm Okay deep shit Heißt das jetzt nur noch So dann wollen wir eben schnell ein bisschen wiederbeleben Ähm ja Ich hab ihn natürlich auf der perfekten Stelle wiederbelebt Den Kollegen Miracle Gil muss sein So Äh was Hallo du Bärchen ziehst mir zu viel ab Verdammt So und da du grad nichts zu tun hast Du bist gleich weg Du Bärchen Du Gummibär Verdammter Gummibär Äh Hallo Wo war ich mein Leben ins Wasser Ach da Okay Okay Ja Sui und ich sind beide verreckt Ähm ja Quick Jump Äh Rote Ich hab deinen Grizzly getötet Äh Was Ja Äh 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 ne chat wollte Dass ich den Grizzly töte oder nicht Ja Ich weiß gar nicht was die andere von mir wollte Lockpick Set Schon wieder Hab ich doch eben schon bekommen Zwar nicht von dir Aber ich hab's eben trotzdem bekommen Achso sie wollte Ah Rote Wollte mit mir kommen Hätte ja noch viel gebracht Äh Einkaufen Ich brauche Lebens Bottles Viele Lebens Bottles Was haben wir noch Pickaxe Äh Magic Ähm Hallo Magic Lens Brauche ich mal Einige noch Äh Holy Nein Brauche ich nicht Lemon Ja Ein paar Wäre nicht schlecht Melange Wäre noch ein paar Nicht schlecht Ähm Ja Gut Wieder was geschafft Kein Level Up Aber Ja Wir sehen uns dann morgen wieder bei Tales of the World Bis dann Ciao Bo lobby